Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Video. Heute zeige ich euch, wie man den You are the Creeper-Mod für die Minecraft 1.4.6 installiert. Als erstes. Ihr braucht so eine Winra-Datei. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Und dann macht ihr Windows-Taste-R. Prozent App-Data Prozent gebt ihr da ein. Das kennen wahrscheinlich die meisten schon. So, dann kommt ihr hier in den Roaming-Ordner. Dann müsst ihr in die Funken Minecraft. Und dann seid ihr hier. Falls ihr noch keinen Mods-Ordner habt, dann müsst ihr den erstellen. Einfach hier rechtsklicken, Neu, Ordner und den dann Mods nennen. Ich habe den hier schon erstellt. Das kann ich mal eben rauslöschen, weil das brauchen wir nicht. Und dann zieht ihr einfach... So. Ach Mist. Ich habe gerade was im Hintergrund am Laufen, deswegen ist dieses Fenster da. Dann zieht ihr einfach das hier, die Datei, einfach hier in den Ordner rein. Ihr braucht keinen Mods-Loader und gar nichts. Das ist wirklich sehr einfach, die Installation. Und wir sehen uns wahrscheinlich dann im Spiel wieder. Bis dann.